Ah, alles klar Firma. Wollt ihr mich verarschen? Ah, Dadeh, ich, der... Nein, Dadeh. Du könntest ja mal versuchen. Ja, aber jetzt nicht... Ja, okay, aber jetzt nicht 5000 Versuche mit Sterben und sonstige Scheiße. Aber ich bin derjenige, der das Geld trägt. Das ist special. Warum, du? Darum, weil ich dann immer war und ich nicht schießen kann, weil ich meistens meine Mission abgekackt bin. Ja, dann ist ja auch sehr schlau, wenn du das Geld trägst. Wessen Kuruma ist in der Garage? Erik, ich hab dir schon mal gesagt, wie das funktioniert. Meiner. Der Geldträger bleibt in der Bank. Adrian, erklär mich nicht immer für dumm. Dann sollten wir vielleicht, äh, Normen als Geldträger nehmen. Nein. Oh. Nein. Ja, alle kennen die Mission Normen nicht. Ja, und wenn wir sterben, ich versuche dann sowieso nur einmal und danach mache ich meine viermal. Brauchst mir immer noch nicht passieren. Achso, Entschuldigung. Dann kannst du die Markierung wieder wegmachen, sonst vielleicht woanders hin. Okay. Wenn ein Haus grün ist, erinnert mich das immer an San Andreas, was mir sagt, du kannst das Haus kaufen, aber hier bedeutet es, es ist mein Haus. Voll komisch. Weil es alle kaufen. Klar können alle kaufen. Also, wenn Normen der Geldträger sein soll, dann muss er aber allerdings, ähm, zwar ein, zwei... Wenn ich reinfahre, bist du mal im Apartment. Ein, zwei Punkte ablaufen und, äh, dann wieder zurück in die Bank, ne? So war das doch. Ja, ich kaufe ein, zwei Punkte mit und gehe dann zurück in die Bank, während der Rest sich durchkämpft. Dann fahrt ihr halt mit dem, äh, Alter. Ja, aber ich würde aber trotzdem sagen, dass Normen der Geldträger ist, weil... Ne, ich nicht. Ja, ich schon, äh, du hast die besseren, besseren Waffen, kannst besser schießen, nichts gegen, nichts gegen dich, nichts gegen dich. Okay, gut schießen, aber die besseren Waffen. So, und wir, und wir kennen die Mission. Ich hab keinen Bock. Einmal, äh, nur einmal und es wird nicht rumgeschrien, wenn wir versagen. Nö, das ist ja mittlerweile Standard. Warte, ja. Wir bräuchten mal ein besseres Team. Nadien rauswerfen. Ne, Normen, warte, Normen müssten wir rausschmeißen, Fabian müssten wir rausschmeißen, Erik müssten wir rausschmeißen, mich müssten wir rausschmeißen. Teamauflösung, neues Team gründen. Oh, scheiße, Munition leer. Normen, würde nichts machen, wenn du mal annimmst. Ich kann halt nicht annehmen. Warum nicht? Nö, hat der Kopf. Doch, kannst du? Doch, kannst du. Du musst dann halt nur 200, 300 Euro zahlen. Lass dich ja schießen und töte dich selbst, keine Ahnung. Boah, voll scheiße, ich hab nur noch 462. So, allein gekauft? Ja. Nein. Nein. Macht mal hinne. Warum macht mal hinne? Gibt nur eine Einzahl. Fertig. Fertig, schon lange. Mach mal hinne. Genau. So, mach mal hinne. Und keine Leute erschießen, ne? Nur mal so zur Information. Ja. What? Der ballert die Bude von mir aus, aber nicht die Leute. Und, ganz wichtig, beim Rausgehen steht nicht jeder vor jedem, weil dadurch sind wir auch schon gesteuert. Das ist nicht was? Wir stehen uns nicht im Weg, das mein ich dann. Achso. Wollt ihr die Sequenz sehen, oder soll ich überspringen? Überspringen, ich kenn die. Ich hab die schon achtmal gesehen. Achtmal? So oft hast du den schon gemacht? Krass. So. Keinen Teil will ich haben. Warte mal. B Wacher. Du bist Sprengmeister. Der Hacker und der Sprengmeister können das Geld nehmen. Ja. Ich weiß. Ja, aber der Sprengmeister, also in dem Fall Norman, nimmt alles. Richtig. Dann... Kannst du mir jetzt auch mal Bewacher oder Hacker zuteilen? Mache ich mit dir den Bewacher. Und du bist der Hacker. Nein. Ich will nicht Hacker sein. Das hat er ignoriert ja vollkommen. Ja. Dass ich als Hacker nicht kann und nichts tauge, weißt du. Da seid ihr besser für geeignet. So schwer ist das nicht. Wann noch so viel, Erik? Ja, 25 Prozent, Junge. Arsch. Gerecht. Außer Adria natürlich. Du hast gerecht. Hä? Norman kriegst sowieso Anfängerbonus. Ja. Ja, toll. Ja, aber ich nicht. Ja, du nicht. Du bist ja auch ein Lutscher. Ist so. Boah, aber ich drück so lange nicht aufbereit, wie ich Hacker bin. Boah, chill mal deine Eier, ey. Ich drück auch nicht bereit. Alter, 312.000, da kriegst du wohl hin. Wie wärst du mal mit bereit? Danke. Geht doch. Oh, schau. Gerade noch mal Troll. Äh, Troll. Wo bin ich? Da bin ich. Geil, was nehmen wir denn? Hm. Einheitlich. Oh, ja. Ja. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nehmen. Geil. Alter, was es alles gibt, ey. Lass mal Zombies nehmen. Pinker Infizierter. Lass mal das nehmen. Äh, brauchen wir dann... Ist scheißegal, welches Auto ich nehme, ne? Ja. Äh, es... Darfst du mich den Kuruma nehmen, ne? Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich hätte ihn die Eier getragen, ne? So, könnt ihr jetzt mal alle bereit machen. Ich nehme einen Kuruma. Danke. Weil er nicht in der Garage steht. Ja, du darfst das. An meiner steht er in der Garage. Ich nehme meine X80. Dann nehme ich dich mit, Erik. Ich habe meine X80 jetzt auch genommen. Drecksack. Äh, Drecksack. Das ist meiner. Hä, wo ist mein Wagen? Ja, ich steig ein. Ja, dann fahr doch einfach mit. Ist doch egal. Ach, mein Kuruma ist eh doch zerstört. Scheiße. Der X80, der beste Wagen. Der schnellste Wagen aus dem ganzen Spiel. Nein. Nein. Klar. Ich habe maximal 210 geschafft. Und der vor mir hatte 215. Alter. Wir haben es doch getestet. Ja, mit zwei Autos. Aber trotzdem, wenn ich 210 Maximalgeschwindigkeit raushole und der... Du weißt aber schon, dass du dafür... Dass du dafür so ein bisschen, äh... Du bist ja bestimmt so eine unebene Strecke gefahren oder so. So eine glatte, gerade Strecke gefahren. Bergab. Ja, bergab. Genau. Deswegen. Ja, guck mal. Schon wieder keine Magazin in. Ja, ja. Ja, ja. Wie jedes Mal. Das ist eine pinke Waffe. Ich habe keine pinke Waffe. Klar. Bei mir hast du eine pinke Waffe. Habe ich aber nicht mehr. Bei mir ist auch eine pinke Waffe. Geil. So, die Wachen töten. Aber sonst keine Leute. Wo ist denn die Wache? Vor dir alleine. Ist schon tot. Und so, die Bewacher... ...schießen jetzt in die Luft. Und der Sprengmeister muss jetzt da vorne das... ...Tor aufmachen. Ja, ich habe wieder über ein Spiel gefunden. Ja. Ja, das sollte dir angezeigt werden, glaube ich. Wir müssen aber auch fast nicht bei dir in der Ecke stehen. Leu, hier ist ja was drin. Äh. Erik, geh du mal bitte da hinten in die Ecke. Oder guck hier in den Raum und ich guck die Treppen hoch. Weil da kommt auch eine Wache runter. Hm. Jetzt musst du die Tresortür aufmachen. Tresortür. Äh. Adrian. Denk dran, hier hinter der Kasse sitzen auch noch zwei. Die können auch noch den Notruf drücken. Mein Gott. Ja, ich schieße ja. Machst du die hinten zu der Kasse? Nicht töten, ne? Sondern einschüchtern. Nein, nein. Einschüchtern. Ja, ja. Ich war ein Einschüchtern. Deswegen einer von uns achten... Äh, Erik. Achte du mal bitte auf die Einschüchterung und sag Bescheid. Kann ich nicht. Ich muss jetzt hacken. Wer ist denn der Wache? Du! Ja, ich hab zwei Bewacher, du Affe. Ja, und Fabian vielleicht? Du doof. Ja, dann sag doch Fabian. Fabian, du guckst hier auf Einschüchterung. Ja, hab ich schon zweimal. Scheiße, mein Mann. Bei was da oben? Äh, Norman, du musst mich beschützen. Da kommen, äh, Dinge ins runter, ne? Wache, ich kann jetzt... Die zwei Wachen sind tot. Toll, ich bin jetzt da hochgelaufen. Warte mal, wann ich hier hinter der Tür auch... Einschüchterung! Tschüss, Fabian! Mein Gott. Mit jedem Schießen wird hier hochkommen. Da hinten kommt gleich einer raus. Wo? Da hab ich grad aufgemacht, hab hinter der Tür. So, Norman, rein mit dir und schnapp dir das ganze Geld. Du musst die Tür noch aufterminieren mit... Ich bewache dich hier. Ich geh hoch zu den Jungs. Du nimmst dir das ganze Geld, was links und rechts auf dem Wagen liegt. Irgendwo ist noch ein Wachmann. Hab ich. Hab ihn. Ja, da oben. Einschüchterung. Ich helfe euch mit der Einschüchterung. Du musst nachladen. Einschüchterung. Christus hin, wenn mit dem Geld. Derjenige, der mit dir oben ist, der kann auch schießen, ne? Ich schieß doch. Ihr könnt auch die Waffen wechseln, ne? Hab ich doch. Nur bitte kein Granatwerfer. Ja, ich weiß. Nur die Gang. Aber egal, Spalli, ich bin gleich da auf. Alter, ich hab nur 1.900 Schuss. Drück ganz schnell hintereinander X-Normen, ne? Bei. Bei. Beim Geld sammeln. Das erste hast du, sehr gut. Wenn die das natürlich gefixt haben, ne? Dann sind wir am Arsch. Ja, gut. Dann kriegen wir das auch noch irgendwie hin. Aber... Ja, aber ohne mich. Ja, weiß ich nicht, wie oft wir sterben werden. Ja, ich weiß. Weißt du, ich muss mal der BG nachladen. Komm, das ist das erste Mal, dass wir das mit der Einschüchterung. So, das war's. Raus. Ach, schade. Jetzt wär auch mal geil gewesen, das ohne Dings zu schaffen. Ohne was? Ja, das kriegst du nicht hin. Glaub ich nicht. Ja, aber geil. Okay. Ich hab' einen Raketenwerfer. Der legt den Helikopter. Ja, Erik, du hast schon erwähnt. Das kann ich machen. Äh, von hinten kommt noch einer. Hinten ist noch einer. Warte, noch nichts machen. Nein, es kommt ja jetzt eine Sequenz. Es kommt eine Sequenz. Oh. Ja, aber hinter uns ist einer. Nein, da war keiner mehr. Der... Hab ich nachgeguckt. Nein, der war oben! Ja, er ist aber hinter uns. Mein Gott, ey. So, siehst du den jetzt noch? So, geh raus. Ich kann mitschießen, ne? Ja, ja. So, Norm, du gehst jetzt nur die ersten zwei bis drei Kontrollpunkte ab. Mit. Alter, warum bin ich jetzt so unbewaffnet? Junge, junge, junge. Ich muss rein nachladen. Äh, ich muss rein, äh, Panzerung anziehen. Entschuldigung. So, können wir? Oh, ja. So, du läufst jetzt hier mit. Hier ist noch einer irgendwo. Ja. Aber es war eben Panzerung. Normalerweise hättest du noch in der Bank bleiben müssen. Direkt von Anfang an. So, jetzt geh zurück zur Bank. So, wir laufen hier lang. Hier ist noch irgendwo einer. Und schiebt ein Mann. Fabi, wo bist du? Ja, ich hab morgen noch eben geholfen. Oh, Junge. Und jetzt renn in die Banken. Yo. Du bist tot, wetten. Nein, ich brauch aber Panzerung mal wieder. Oh, ich auch. Ja, jetzt. Ja, komm on. So, ja, gut. Ist egal. Okay. Firma. Ja. Was sich aufregend bringt bei der Mission nichts, weil es sowieso so oft passieren wird. Ja, eben. Fortfahren. Fortfahren. Wir hatten das ziemlich oft. Oh, ja. Machen wir meine Firma und verkaufen nochmal drei Autos. Ja. Fabian, du fährst, äh, dein, so, hier, ein normales Auto und ich für eines der Rambock-Autos. Was? Ein normales Auto? Wie würdest du dann drei Autos verkaufen? Wenn wir vier Leute sind und einer in Rambock fährt. Achso, ich dachte, er soll, nee, ich dachte. Nee, okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hör auf, mich hinzuschreien. I know what the fuck. Egal, dann kann jetzt irgendwie beim nächsten Mal, kann dann ja ein anderer noch eine Mission machen oder so. Oder wir machen jetzt einfach ständig die Firma oder so. Keine Ahnung. Nee, ich muss mal weitermachen, damit Lester mich in Ruhe ist. Ja, dann können wir das machen. Ist ja scheißegal. Ich glaube... Müde. Ist das so müde? Das geht doch gar nicht. Eineinhalb Stunden ist schon die Aufnahmen am Laufen. Mhm. Wann müsst ihr morgens immer aufstehen? Sechs Uhr. Äh, sechs Uhr. Äh, im Moment, im Moment, ne? Okay, dann hat's Norman noch schlechter als ich. Oh, leu, ihr seid ja alle hier. Hier, ganz kurz. Will einer mit... Will einer mit... Wissen du, ich bin nicht bei dir. Bei wem bin ich jetzt eingestiegen? Bei mir? Was? Bei Api in Vorordnung. Jo. Was machen wir jetzt? Ist so. Ja, darf ich erst mal die Sitzung starten, ihr Idioten? Ich muss mich aber erst mal selber anmelden. Gebt nicht. Mach hier ne... Halt die die Fresse, sonst wenn ich dir wieder offline... Da. Das kann Fabi gut. Falscher Knopf. Oh, das war... Warte. Oh, das war Dreieck. Oh, Mann, ey. So wie immer. Hey, jetzt warst du ja gerade absichtlich. Äh, ihr kommt zu meiner Garage, ne? Ist euch bewusst. Was sollen wir in deiner Garage? Ach, in der... Ach, ey, mein Gott. Norman, was ist mit dir? Was? Ich hier was? Hä? Hä? Zu der Garage, zu der Autogarage. Komm. Nein, nicht wirklich. Nein. Leute. Ja. Ich hab kein Audi, ihr habt nur einen Zweisitzer. Ach, ja. Ich fahr zurück. Ich fahr zurück. Hat er da Kopfgeld? Interessiert mich doch nicht. Was? Der Hölle. Alter, wie hat der das denn bitte geschafft? Er hat beide auf einmal gekillt. Den hol ich mir. Den kaufe ich mir. Spastig. Ernsthaft? Jetzt wurde ich gerade von einem scheiß NPC überfahren? Wenn das jetzt nochmal passiert, bringe ich... Ich sag euch, ihr endet nicht so wie letztes Mal, gehe ich offline. Nein, das endet nicht so wie letztes Mal. Hast du letztes Mal auch gesagt? Nein. Eigentlich nicht. Doch, doch. Wie ist es denn geendet beim letzten Mal? Ah, komm, Fabi, steck einfach mal in mein Auto. Ist egal. Er ist vor uns. So. Ja. Jo, hat mich wieder. Was? Ich hab Sterne, warte. Scheiß doch, schräg ein. Ach lol, du hast drei. Was ist der? Ah. Mein Gott, jetzt hab ich auch Sterne. Oh. So kleinen, zehnjährigen Kindern, ey. Sagt der, der kleine zehnjährige Kinder in den Arsch fickt bei so einem Game. Ja. Warum, Fabi, steig ein? Ich hab zwei Sterne, aber komm. Ich hab ja auch Sterne. Ah, okay. Mal gucken, wie viele du hast. Ich hab drei. Geil, hat der drei, ey. Ich hab nur zwei. Ich hab auch drei. Die, durch den Schatten, hab ich auch drei. Aber das Schöne ist, du kannst einfach in die Garage gehen oder in die Firma und die Steine sind sofort weg. Ja. Aber dafür muss ich, kannst du mir ja bitte die Firma markieren? Ich? Ja, wer jetzt sonst? Genau da. Firma, Firma? Garage oder Firma? Hier, Garage, die dicke. Die dicke Garage, Junge. Muss mal wieder ein paar Autos verkaufen. Ja, ich brauch mal wieder ein paar Millionen. Achso. Bin schon knapp bei Kasse. Wetten, du bist jetzt gestorben. Was? Wetten, du bist jetzt gestorben. Werf doch meine Haft rein. Ah, falsche Bombe. Ich bin tot. Ja, ey. Ah, Erik, wir haben was verpasst. Äh, haben wir was verpasst? Keine Ahnung. Hm. Junge, ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen cutten soll oder ob ich einfach... Ob ich einfach durch, äh, einem. Alter. Aber wenn du mit allen nimmst, also wenn du durchgehst, dann hast du zwei Stunden Shit-Material. Ja, das stimmt. Dann kannst du dich mal einzeln aufnehmen, äh, hochladen, ne? Ja, dann hast du so 30 Minuten Folgen raus. Ja, dann hab ich da drei Folgen. Das passt eigentlich. Ja. Und ich mach zehn Minuten Folgen raus, dann hast du neun. Wow. Das bringt's auch. Zehn Minuten, ne. Ne halbe Stunde, also drei Folgen. Einfach nur, wie wir ständig diese eine Mission verkacken. Junge, Junge, Junge. Wir mussten ein bisschen mischen. Hooray. Ja. Nein, ich hab ne bessere Idee. Wir, wir drehen... Wir drehen die ganzen Missionen um. Wir machen Pacific Stander-Verkacke und dann alles rückwärts. Ja, genau. So, was ist jetzt hier mit Auto verkaufen? Ja, ich drück das schon ein, aber dauert gerade. Alter, ist die leer geworden. Die Sitzung? Alter, ist die leer geworden. Ja, ich brauch mal wieder welche. Alter, ist die leer geworden. Leer geworden. Danach, würd ich sagen, kaufe ich mir mal wieder welche. Äh, ja, würd ich auch sagen. Können wir ja zusammen machen. Ja. Ich kann sowieso nur ein Auto klauen, ne, weißt du. Ja, klar, aber mit vier Leuten, so ist das halt. Einer fährt und der andere lenkt ab. Äh, lenken ab. Ich nenne, ich nenne wieder Fahrzeuge und derjenige, der es haben, will, sagt Stopp. Stopp. Sabre Turbo Custom. Stopp. Alles klar. Tempa, Fida, Turismo Air, Entity XF, Benjo 900... Stopp. Bei dem Entity. Okay. Ich nenne Benji. Warte mal, hä? Ja, doch. Äh, du willst den Benji? Wenn ich darf. Sicher, ich habe noch einen Omnis, einen Sterling, einen Concret, einen Concret, einen Tyrus und einen Member. Ach, ich wollte den Tyrus haben, genau. Nein, ich bin den Banshee. Dann gib mir den Tyrus. Ach so. Wie immer, die Fahrzeuge werden voll aufgetunt, bringen mir 175.000 Uhr. Ja, voll aufgetunt, alles wird geändert, was auch immer es ist. Auch die Farbe? Ja. Ja, alles muss geändert werden. Oh, ich habe den Benji. Pilesender entfernt. Ja, Pilesender entfernt. Ich bin Tyrus. Okay. Fabi, dann tauschen wir gleich. Weil du das nicht hast, ich gebe dir das gleich. Ey. Ja, ist ein bisschen doof, immer. Hä, wie komme ich jetzt aus dem Nummer-Schild raus? Äh, bestätigen musst du das. Du musst das bestätigen noch. Genau. Und du kannst nicht zurück, bevor das nicht bestätigt ist. Weißt du, die haben die Farbe nicht. Oh, ist doch scheißegal, wähl doch einfach was aus. Nein. Oh, ich muss mir gleich den Sohrbrot güssen. Ich finde das scheiß, dass man alles ändern muss. So, Reifen-Felgen-Tüf. Wie die eigentlich so lassen, weil die geil aussehen. Fabi, ich packe dir den fettesten Spoiler auf die Benji. Mach ruhig. Du musst in der Karre fahren. Ich bin jetzt so... Boah, du Arschloch. Also, ich bin fertig. Nein, so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. Äh, hier komme ich raus. Äh, ich kann doch nicht, äh, ja, du kannst schon mal rausgehen, ja. Aber ich muss halt auf die anderen beiden Idioten warten. Ich bin bereit. Wie man rechts oben einfach meinen Kontoschein sieht und ich mir denke, hm, war mal mehr. War mal mehr. Ja, kann ich mir auch sagen. Ja, ich mir auch. Oh ja, die Anfangszeit war schlimm. So, ich stehe um die Ecke, Fabi. Ich stehe um die Ecke. Ich bin ausgestiegen. Ich auch. Äh, ja, jetzt müssen wir... Hier steht ein... Wo ist der? Ah, da. Oh, hier steht ein Tyrus. Alter, warum... Warum fährst du den... Hast du? Weil du hättest ja der Karre stand. Alter, was hast du aus diesem Auto gemacht? Alter, ihr müsst noch warten, ne, bis meine Karre da ist. Was hast du, Erik? Alter, ich geh kaputt, ey. Die Benji ist ja... Ey, ich stehe da auch noch, ne? Ey, der steht da hinter, ne? Da steht ein Bulle übrigens, ne? Stehen bleiben, bis ich meine Karre habe. Ey, Fabi, ich hab ja die wenigstens noch ein bisschen cool gemacht, aber du... Wer hat das gemacht? Ich hab die rote gemacht. Ah, ja, ich hab den... Stehen bleiben. Ich glaub, der ist behindert, der bewegt sich nicht, der Bulle. Ey, 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 passt auf! Nimm das halt, Rambock! Ja! Nein, nein. Dann nicht. Ich könnte mal langsam euch in Reih und Glied vorfahren. Ich fahr als erstes. Ich glaub, der Bulle ist echt behindert. Noch nicht, rausfahren. Oh, ja, Entschuldigung. Ich fahr jetzt in Formation hinter dir. So, hier, alle zu mir. Bleibst du mal stehen? Ja, bleibst du mal stehen? Du kommst mir immer näher. Also hinter dir. Junge, hör auf! Ey, verpiss dich! Ist meine Karre, die kaputt geht, ne? Nicht eure. Ja, will ich aber auch nicht. Ja, ich bin der Schnellste. Ich gebe den Takt vor. Sobald wir Feinde haben, heißt das jeder für sich selber. Ja. Weil dann kann ich nicht drei Leute befassen. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich die Karre heile lasse. Äh, wo fährst du lang? Ja, wir müssen nochmal stoppen. Stopp, alle bremsen. Ich muss den Bus vorlassen. Du weißt aber schon, dass wir in die andere Richtung müssen, ne? Das ist ein Heli! Da ist ein Heli! Fahr, 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 fahr! Ich muss mir das erst markieren. Ich bin weg. Ich auch! Gib Gas! Alter, kommt er einfach so mit dem scheiß Heli an, ey. So, mich verfolgt er nicht. Oh, das war so klar. Ich kann ihn leider nicht abhalten, weil ich fahr hinter den Norm her. Jetzt mal besser den, äh, den, äh... Ich bin tot. Ja, besser du als wir. Entschuldigung dafür, aber... Nee, ist ja in Ordnung. Ihr habt die, ihr habt volle Fracht. Aber den geh ich mir jetzt holen. Alter, da denken wir so, jetzt kommen mal keine Feinde. Weißt du, kommt da so ein anderer Spieler mit einem Kack Heli, ey. Haben wir alle den gleichen Käufer eigentlich? Ja. Äh, ja, kann sein. Wow. Da ist so, wo steht die Hydra? Alter. Haltet noch durch, ne? Ich kann, ich kann jetzt erst mal eine Hydra holen. Bissi, du dummer Fotze. Nein! Alter. Kannst du mal nicht so schreien. Ja, scheiß auf Faden. Hauptsache, die Karre wird abgeliefert. Ist so. Wenn... Wenn ich da sehe, wer wen, äh, da unten sehe, wer wen erledigt hat, äh, macht mich das mehr, macht mir das mehr Sorgen. Ich bin... Genau, warte, ich kann mal... Nee, ich meine ich nicht. Also meine Hydra steht jetzt gleich Kampfbereit. Dann hol ich... Ich bin hinter irgendeinem gleich. Da mir. Nein, bitte nein. Ist gestorben. Ja. Scheiße. Das kann, den hol ich mir, den Wichser. Ist das Auto noch ganz, oder hat er das Auto erledigt? Das ist zerstört. Siehst du unten rechts, Fahrzeuglieferung wurde zerstört. Hm. Dafür machen wir gleich noch einen. Eine Fahrzeuglieferung? Ja. Oh, 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 dann ist er auch hinter mir gleich. Scheiße. Mein Fahrzeug hat sich verkantet. Oh, 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 oh. Ich hab... Ich hab meins noch. Ich hab meins noch. Fabian, du Schrei. Hör auf. Scheiße. Ich bin in 500 Metern, bin ich in der Hydra. Ach, Junge. Schaffst du jetzt auch nicht mehr. Ich bin da. Ich bin da. Fabi, pass auf, der steht ja auf dem Berg. Kannst du da abknallen? Nein, ich fahr grad rein. Ich aber.